Irgendjemand lügt. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland behauptet, Corona-Risikogebiet Wien, erstes Krankenhaus voll. In Wien steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter, angeblich. Naja, es sind ja nur positive Tests. Und das erste Krankenhaus stoße an seine Kapazitätsgrenze, so lautet die Info vom 19.09. Und dann gehe ich auf die Website des Gesundheitsverbandes Wiener Gesundheitsverband. Wohlgemerkt, der Wiener Gesundheitsverband. Hier wird mitgeteilt, ebenfalls als Reaktion offenbar, auf die Berichterstattung, zum Beispiel auf das mächtige Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es seien ausreichend Covid-19-Betreuungskapazitäten im Wiener Gesundheitsverband vorhanden. Entgegen an das lautende Medienberichte sind im Wiener Gesundheitsverband ausreichend Betreuungskapazitäten für die Versorgung von Covid-Erkrankten vorhanden. Es stehen insgesamt 550 Betten, rund 400 auf Normalstationen und 150 im Intensivbereich unmittelbar zur Verfügung. Das heißt, die stehen im Moment leer und sie stehen zur Verfügung. Danke für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Jürgen Felger, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung.